Träumen Sie sich ab und zu in die gute alte Zeit zurück? Dann kommen Sie mit auf eine musikalische Zeitreise in die bunte Welt der großen Gassenhauer. Kann denn Schlager Sünde sein? Das große Galakonzert des deutschen Schlagers von damals. Mit Lady Sunshine und Mr. Moon und ihrem Guten Morgenorchester. Am 7. November im Ruhr-Festspielhaus Recklinghausen. Karten unter www.imvorverkauf.de